Und zugeschaltet ist jetzt Rüdiger von Fritsch, der ehemalige deutsche Botschafter in Russland. Willkommen und guten Morgen bei Welt. Herr Fritsch, in Teilen, wir haben die Bilder gerade gesehen. Der Ukraine hat es einen heftigen Wintereinbruch gegeben. Es ist übrigens der zweite Winter, der zweite Kriegswinter. Wie schwer trifft das die Ukraine auch im Zusammenhang mit den vermehrten russischen Angreifen auf die Infrastruktur, gerade in den letzten Tagen? Guten Tag, Frau Mosel, guten Tag, Herr Klug. Wie Sie richtig sagen, es ist der zweite Winter, den die Ukraine nun in diesem schrecklichen Krieg zu durchstehen hat. Und das eigentlich Bemerkenswerte an diesem furchtbaren Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine ist ja, wie sehr die Ukraine standgehalten hat. Das ist für beide Seiten eine ungeheure Herausforderung, für Streitkräfte immer in einer solchen Wintersituation. Es ist für beide Länder eine große Anstrengung. Man sieht das auch an den dramatisch gestiegenen Ausgaben Russlands, die inzwischen 40 Prozent ihres Haushalts veranschlagen für Sicherheit und Verteidigung. Und man sieht das an den ungeheuren Anstrengungen, die das ukrainische Volk ja auch leistet in diesem Krieg. Am Ende ist das Ganze eine Frage, wie sehr wir in der Lage sind, das durchzuhalten in unserer Unterstützung für die Ukraine. Wie bewerten Sie die gerade jetzt auch, muss man fairerweise einfach sagen, dieser Winter, der muss von Seiten der Ukraine genau wie der letzte jetzt einfach überstanden werden. Weil selbst wenn es jetzt den Entschluss gäbe, im Westen weitere Waffensysteme zu liefern, käme das mit Blick auf den Winter ohnehin zu spät. Die entscheidende Frage noch einmal ist, ob wir in der Lage und bereit sind, die Ukraine ausreichend zu unterstützen in ihrer großen Kraftanstrengung, sich diesem Krieg zu widersetzen. Und damit insgesamt ja, und das ist das, worauf wir immer wieder blicken müssen, einem politischen Ansatz Wladimir Putins, der sagt, Gewalt lohnt sich. Und wenn er es schafft, die Ukraine in die Knie zu zwingen und sei es auch mit einem für die Ukraine dramatisch schlechten Frieden, dann haben wir es weiter zu tun mit einem aggressiven Russland, das auch unsere Sicherheit bedroht. Und von daher richtet sich die Frage an uns und sie richtet sich vor allem auch an uns Europäer, die wir angesichts der ja auch politischen Entwicklungen in den USA uns darauf einstellen müssen, uns erheblich anzustrengen, die Ukraine als Europäer auch zu unterstützen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid habt, dann könnt ihr euch auf der Suche seid.